da stand hier noch ein bisschen kann ich hier noch weitere bushaltestelle bauen hier überall und da eine busseite durchstellen so damit die auch ein bisschen sind ergibt und weg kampelpfad das leuchten stil langlaufen hier ist fehlt irgendwie noch eine straße dann kann ich da ja mal so rein eingehen so ein parkweg bei so einem habe auch das radfahren gefordert kann auch mal ein radweg fahren vielleicht die autobahn hier darum wird mal notwendig der ring hat auch nicht unbegrenzt kapazität wenn ihr die straßenbahn immer anhält oh gott die straßenbahn ist die katastrophe für das viertel aber im endeffekt bringt jetzt was vielleicht hier das brandenburger torkübige vor dem platz das bedürfnis ist irgendwie hier vorne genau ich hier vorne steht jetzt an tor wo ist denn hier eine straßenbahnhaltsstelle hier nicht die straßenbahnhaltsstelle kommt zu brandenburger tor sondern das brandenburger tor zur straßenbahnhaltsstelle vorgaben aus bei sie waren aus da lasse ich sie auch mal aus kommt ihr so eine schöne schlenker straße mal rein habe ich einmal rimmens café kernkraftwerk frachtumschlagsplatz und ozeanisch thermische konversionsanlage also entweder bauen wir jetzt in richtung hafen oder wir bauen in richtung war ja raser oder wir bauen in richtung autobahn hier die schlage vor autobahn oder wir bauen die altstadt halt weiter da oben das kann man so oder so machen ich finde der austrin brauchen autobahnanschluss wir nehmen einfach den hier geht jetzt von hier aus der autobahn ich würde sagen das wird hier so eine hochstraße so und hier kommt dann von da ab nach da und fährt nach da und dann wo haben wir es sind da haben wir es so nahe straße bei der hochstraße ist ja egal muss ja nicht lärmgeschützt sein so dann weil der anscheinend ist hier einer da und einer da möchte was natürlich völlig unsinnig ist mal so machen genau nur die frage wie wir am besten anschließen meiner meinung nach eine seite nach der anderen so und dann so ein ding und hier möchte ich ungern bahnübergang haben da vorne sah das ganz idyllisch aus aber hier ist das glaube ich im verkehr der tot so und das sind so ein bisschen verschieben ja dann sieht das doch schon gleich viel ästhetisch aus gehen jetzt nach da schiebe und gehen hier so dann ist es noch nicht besser so ha ha so sieht es ja viel schöner aus echt hier kann man theoretisch aber sieht ja auch hässlich aus machen wir mal so machen wir mal so so sieht sie viel besser aus brauchen halt wirklich ganz dringend autobahnanschluss und überlasse das hier dann würde ich diese straße jetzt ehrlich gesagt auch mal aus sicherheitsgründen ein bisschen vorrüsten das hier finde ich ganz idyllisch hier am bahnhof und da kommt die straßenbahn und auch ja diese bahn ist aber irgendwie ein bisschen überfüllt ne für meinen geschmack ich soll die ring waren die seien die straßenbahn und die luft kriegen die 1 und die 1 und die 3 aber die 2 die meinen da auch wenn wir schon zur richtung waren wir müssen nur hin wir müssen nicht zurück oder sowas nach dem motto so wird das jetzt hier eben noch leer war sieht es ja schon schön aus so hier fehlt auf jeden fall noch die eine oder andere bus ich habe erstmal das viertel fertig haben bevor ich hier schon mit bussen anfangen hier aus wir können immer noch eine straße durchlegen ja erst mal noch ein bisschen geradeaus anscheinend auch da wird sich extra die notes an hier genau wir brauchen eigentlich nicht mehr als straßenbergleis wendeschleife zu sein bauen wir die mal zu normalen straßen aus wobei doch wenn eine bahn ausrückt ne hmmm andersrum war das grad glaube ich so wenn eine bahn ausrückt müsste ja immer noch irgendwo eine schleife vorhanden sein haben wir die hier eigentlich auch noch die haben wir nur auf einer seite das ist auch irgendwie ändern wir das so 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 oh ne mit mit bahn schienen bitte so 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 aber andersrum bald anscheinend bloß in die andere richtung fahren hab ich recht oder oder die waren doch in diese richtung ne doch so ne hm ne ne jetzt muss ich die linie neu legen ach Gott dann äh ach der halt still ne die fucking linie weiter bauen warum kann ich nicht einfach da legen und dann ist fertig da ist ja eine alte stelle genau genau sie jetzt einfach automatisch fertig machen sollte wirklich so blöd gut gut ich probiere halt mal ein bisschen rum wie das jetzt so ganz eventuell gehen könnte ach hier hab ich so ich jetzt ach jetzt wie ideal so hier sollte aber vielleicht die alte stelle sein dafür die hier noch da verlegen du bist doch mal so dann da für da eine da eine da eine so nein keine neue linie und dann hier vorne in diesen weg hätte ich gerne einen kein weg das ist ein haus naja dann äh machen wir es trotzdem dann hätte er hier äh äh ich werde hier so ein bisschen in das Wohngebiet ein nein da auf der Seite so ja ich glaube so kann man das ganz gut machen zwei Viertel gleich ich baue die mal immer mehr hier zu so na ich fahr mal das ganze Südringviertel ab Linie um und dann äh der da gehalten hat hält der da ich glaube so ist er ja auch ursprünglich gefahren dann hier der hält da für die U-Bahn-Station und da für die Straßenbahn dann 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 da 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 ja ne 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 wichtig mich da wirklich an freunden dass sie hier einmal mitten quer ein fährt machen das halt so ist hier quasi eine indirekte umsteigemöglichkeit noch zusätzlich für die direkte an der selbe alte stelle und da hat die pinke linie auch ein bisschen mehr machen wir mal linien spitze ist ja alles karten weiter eingestellt muss hier so machen so bitte alle runter und dann setzt ihr nur noch gelbe ein ich finde die linie ist hat jetzt aber was größeres verdient und vor allem auch der busse der voranschein und eine linie mit einsatz prefix so eingestellt und dann sind alle so geblieben wie sieht es aus mit der linie hier am zoo eine meiner meist genutzten linien die meist immer noch natürlich noch hier die 600 mit knapp 600 eigentlich centralkrankenhaus kleiner spielplatz kaiser wilhelm park inzwischen so muss ich auch mal gucken hier auf der karte wo wird denn hier ganz gut naturschutz braucht ihr posten naturschutzgebiet ganz gut oder vielleicht einfach auch hier so ja passt an vielen orten ganz gut für dich da und freizeitpark hier wahrscheinlich weil es hier obwohl so eben ist es hier gar nicht wie es aussieht hier vorne ist es schön eben hier passt zum perfekten freizeitpark rein so kann das so mitten in der stadt zum freizeitpark zwischen als Deutschland Deutschland ich würde das hier gern gesagt besiedeln und da könnte ja hier vielleicht so hier hinter dem industriepark Norden ganz akzeptables Gebiet machen aber erstmal bin ich noch am Ulmviertel zu machen äh Ostring Ulm ist ja schon fertig nein nein ich warte jetzt ich warte jetzt bis das leer ist so dann mache ich das weg dankeschön so bauen wir hier neues so und dann machen wir so naja jetzt schöner so vielleicht doch in Ordnung dann will ich diese straße die hier rein wohl wieder haben und vielleicht dann mal einem etwas schöneren Design und dann legen wir hier gleich durch ja machen wir das doch mal so dann machen wir es so